GZSZ, Vorschaufolge 4203 Maimelian stößt bei Nathalie auf Granit. Imani verteidigt ihre berufliche Zukunft. Maximilian kommt nicht mehr an Nathalie ran. In seiner Verzweiflung sucht er einen Schuldigen. Imani kämpft gegen die Anschuldigung, als Ärztin eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Es geht um ihre berufliche Zukunft. Hannah nimmt sich der Aufgabe an, einen neuen Mitbewohner für das Loft zu finden, und sie findet die perfekte Kandidatin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020